So Leute, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich kann es selber noch nicht glauben, ich bin auch so ein bisschen aufgeregt. Für alle, die es jetzt nicht sehen können, da passt nichts zwischen meine Finger. Ja, die meisten kennen mich wahrscheinlich schon, die jetzt auf diesen Podcast stoßen. Ich bin Sarah Fox und ich habe YouTube gemacht und ich dachte, da mich alle so gerne sabbeln hören und ich mich auch gerne selber sabbeln höre, mache ich einen Podcast, der schon auch richtig lange überfällig ist eigentlich, weil ich wurde schon so oft danach gefragt, Sarah, wann machst du endlich einen Podcast? Wir wollen dich wieder reden hören, weil ich hatte ja auch zwischenzeitlich aufgehört mit YouTube-Videos und dachte mir, okay, es ist wieder an der Zeit. Ich hatte mich ja so ein bisschen zurückgezogen und einfach mehr Instagram gemacht, mache ich auch immer noch super gerne, aber genauso gerne rede ich auch. Das einzige Problem an meinen YouTube-Videos war eigentlich immer das Intro. Das hat immer so schon eine halbe Stunde in Anspruch genommen und so ein Podcast geht ja so eine Stunde und da habe ich mich schon gefragt, okay, wie mache ich das jetzt, so dass ich wirklich eine Stunde rede, aber das Intro nicht eine Stunde ist, sondern ja, wahrscheinlich während ich das erzähle, hätte ich auch einfach das Intro beenden können. Aber ich freue mich einfach, ich freue mich jetzt mit euch hier zu sitzen und ganz nach dem Motto No Fox Given, wie auch der Podcast heißt, wie auch mein Slogan ist, wie mein Motto ist, schon immer, würde ich auch einfach an die Sache rangehen. Also go with the flow, wir machen einfach unser Ding. Der Podcast soll natürlich nicht nur von mir sein, sondern von mir für euch. Und ja, ich dachte mir, wie kann ich einen Podcast am besten starten und ich dachte mir, hier werden ja auch ein paar neue Leute kommen, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich dachte, hier werden vielleicht ein paar neue Leute kommen, die mich noch nicht kennen. Und für mich ist das ja auch alles so ein bisschen neu, weil bei YouTube, man nimmt sich auf, man schneidet das alles und jetzt schneide ich ja nichts. Ich rede einfach, wie ihr gerade gehört habt, ich habe auch einfach einen Satz neu begonnen, obwohl das gar keinen Sinn macht. Warum rede ich nicht einfach? Aber ich muss da auch erstmal reinfinden, das ist jetzt was komplett Neues für mich, einfach drauf loszusabbeln. Also ich mache das ja bei meinen Videos nicht anders, aber es ist einfach anders. Es ist anders. Es ist so ein bisschen wie live sein, obwohl man gar nicht live ist. Und ja, was habe ich heute mitgebracht? Was werdet ihr hier erwarten? Ich weiß es noch gar nicht genau. Also was ihr heute erwarten werdet, das weiß ich genau. Aber was der Podcast so mit sich bringen wird, wie ich schon gesagt habe, No Fox Given, hier soll es um alles gehen. Wir nehmen hier kein Blatt vor den Mund, ich werde Freundinnen einladen, wir werden Gäste haben, wir werden über wirklich Gott und die Welt sprechen. Wir werden über viele Themen sprechen, über die man eigentlich vielleicht auch gar nicht so redet. Wie gesagt, kein Blatt vor den Mund nehmen, wir werden uns selbstbewusst machen, wir werden einfach über alles reden. Und ich dachte, wie kann ich heute starten? Weil heute ist es so, dass mein erster Podcast, mein erster Teil und ja, worüber redet man so? Worüber rede ich jetzt eine Stunde? Und ich dachte, das ist ja mein Podcast, deswegen rede ich jetzt eine Stunde über mich. Und da ich schon gesagt habe, hier werden ja auch einige Leute draufstoßen, die mich noch nicht kennen, die sollen mich ja kennenlernen. Und für die Leute, die mich schon kennen, die sollen mich noch besser kennenlernen. Deswegen habe ich lustigerweise ein Spiel zugeschickt bekommen von einer Freundin, Fast & Curious. So sieht das aus. Und das ist tatsächlich von zwei Mädels, zwei Frauen, die auch Podcast machen. Und das Lustige ist, ich mache jetzt einen Podcast und ich habe mir noch nie einen Podcast richtig gegeben. Noch nie. Noch nie habe ich einen Podcast mir angehört. Ich weiß gar nicht, warum. Weil eigentlich voll die coole Sache. Erstens, weil man es sich immer anhören kann, wenn man Bock hat. Zweitens, weil man es sich angucken kann, falls es gegeben ist, wie bei mir jetzt. Aber ja, habe ich irgendwie noch nicht gemacht. Deswegen mache ich jetzt einen eigenen, damit ich mir den angucken kann, anhören kann. Und das ist halt ein Podcast, Fast & Curious heißt der. Shoutout an die Mädels, falls ihr das seht. Ich habe hier euer Spiel und ich weiß nicht, warum. Ich habe es zugeschickt bekommen. Aber ich dachte mir, wie geil ist das denn? Und zwar unsere 120 liebsten Fragen für großartige Gespräche. Und was wollen wir hier machen? Wir wollen großartige Gespräche führen. Und deswegen dachte ich mir, machen wir mal dieses Spiel, oder? Und zwar sind da, wie schon gesagt, 120 Fragen drin. Ich hatte da schon mal reingeschaut. Und ja, das ist einfach so ein Fragespiel mit Karten. Oh, da fallen sie mir hier auch schon entgegen. Ich muss mich hier ruhig gleich mal anders hinsetzen. Und da stehen dann so Fragen drauf, die ich beantworten werde. Also ich mache hier ein kleines Q&A von mir selber. Und zwar, Beispiel, welche Entscheidung schiebst du vor dir her? Ja, und das machen wir jetzt. Da ich diese Frage nicht beantworten will, machen wir auch einfach weiter. Weil, oh mein Gott, mir fallen hier die ganzen Karten raus. Moment, Leute. So. Wir nehmen hier mal eine andere Position ein. Und ja, jetzt bräuchte ich eigentlich zwei Hände dafür, ne? Wie gesagt, das ist meine erste Folge. Und wir machen hier einfach, worauf wir Lust haben. Und ich hätte jetzt auf jeden Fall Lust auf so ein Stativ für mein Mikrofon. Das kommt aber noch, ne? Wie gesagt, wir machen hier alles Stück für Stück. Wir wollen ja auch wachsen. Wenn es schon direkt perfekt ist, dann brauchen wir es ja gar nicht mehr machen. Und ich finde, wir starten schon ganz schön, oder Leute? Eine Sache muss ich auch zu dem Podcast sagen. Wir werden hier meinen Verlobten natürlich auch herzlich willkommen heißen. Und habt Hoffnung. Habt Hoffnung in die wahre Liebe. Habt Hoffnung auf den perfekten Partner, weil den habe ich zum Beispiel. Und dieser Podcast, der kommt heute nur zustande wegen ihm. Also wegen meinem Verlobten. Er hat das alles organisiert. Er hat das alles aufgebaut gerade. Wir sitzen hier in der Kulisse wegen ihm. Naja, und wegen mir so ein bisschen, weil die Inneneinrichtung, die geht auf meinen Nacken. Aber sonst... Achso, wir haben übrigens auch für die Leute, die gerade zusehen, Schiwi Tortellini. Mausi. Die ist Dauergast. Also die wird hier Dauergast sein. Die schläft hier wahrscheinlich einfach nur. Schiwi Tortellini ist mein Schiwi Tortellini, ne? Ja? Willst du kurz Hallo sagen? Ne, ne? Einfach schlafen. Das können wir am besten. So. Ich würde sagen, das Intro ging jetzt schon wieder eine halbe Stunde. Wir fangen einfach mal an mit den Fragen. Ich weiß hier nur nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ich bin auch so zierlich. Leute, das Mikrofon ist mir schon zu schwer. Ich sag's euch. Naja. So. Wir fangen einfach mal an. Die Karten sind nicht gemischt. Wie gesagt, Shoutout an die Mädels für dieses tolle Spiel. Oh nein. Die Karten sind eingepackt. Nein. Okay. Die eine Hälfte ist nicht eingepackt. Dann nehmen wir jetzt die Hälfte, die nicht eingepackt ist. Obviously. Bitte lass es gute Fragen sein. Bitte lass es gute Fragen sein. Ich hab gehört, einen Podcast schneidet man nicht. So. Was war das beste Geschenk, das du je bekommen hast? Boah, das beste Geschenk, was ich je bekommen hab? Ich hab so viele tolle Geschenke bekommen. Vor allem von meinem Verlobten. Also ich finde, das, worüber ich jetzt gerade schon geredet hab, ist schon eins der besten Geschenke. Welcher Mann schenkt seiner Frau einen Podcast? Weiß ich nicht. Also das ist, und natürlich mein Verlobungsring, ne? Mein Verlobungsring ist wundervoll. Den hab ich nur jetzt gerade nicht an, weil ich immer Angst hab, den zu verlieren. In meiner eigenen Wohnung. Könnte passieren. Aber, ähm, ja, tatsächlich doch, mein Verlobungsring. Doch. Verlobungsring, find ich, trifft es ganz gut. In welcher, in welchen Situationen spielst du etwas vor? Naja, einige Frauen, äh, denen würde jetzt wahrscheinlich eine bestimmte Situation einfallen, aber nein. In welchen Situationen spiele ich etwas vor? Ist eine gute Frage für mich. Gerade, mein Podcast nennt sich ja No Fox Given. Also eigentlich bin ich eine Person und das ist auch ganz gut, ähm, zu wissen. Ich muss hier irgendwie diese doofen Karten ablegen. Ähm, wo spiele ich? Also generell spiele ich eigentlich gar nichts. Ich bin meiner Meinung nach oder auch von das, was Leute von mir mitkriegen, eine sehr ehrliche und direkte Person, weswegen ich auch oft dann halt eben nicht so gut ankomme oder anecke. Nicht, weil ich mean bin, nicht, weil ich irgendwie, äh, taktlos bin. Das war ich vielleicht auch mal eine Zeit lang. Aber nee, eigentlich, eigentlich bin ich wirklich einfach nur Sarah. So, und dadurch, dass viele Leute spielen, nicht immer, aber in vielen Situationen spielen, ist es für viele Leute ungewohnt, dann jemanden vor sich zu haben, der nicht spielt. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass hier Gott und die Welt spielen und, ähm, dass es nicht normal ist, auch mal in einer Person jemand anders zu sein. Machen wir, machen wir ein anderes Beispiel. Wenn ich in, ich bin eigentlich eine sehr aufgeschlossene, direkte, ehrliche, lustige, laute Person. Wenn ich die Person kenne, komme ich in eine neue Gruppe, würde ich nicht sagen, ich spiele etwas, aber ich bin generell ruhiger. Also, was ich aber auch denke, was oft normal ist. Also, ich glaube, es gibt so diese zwei Fraktionen. Also, entweder bist du ruhig im Privatleben und du kannst auch draußen richtig laut sein oder du bist halt laut im Privatleben und draußen richtig ruhig. Oder es gibt auch eine Mischung von beiden, aber ich würde mich eher so einschätzen, dass ich wirklich ruhiger im Sozialleben geworden bin als in dem privaten Leben. Weil ich bin echt, früher dachte ich immer, boah, ich möchte so richtig im Mittelpunkt stehen und habe mich dann wahrscheinlich auch ein bisschen verstellt, weil ich dachte, das ist meine Rolle. Und ich denke, das ist einfach ein Prozess. Ich denke, dieses Spielen gehört ab und an dazu, um sich selber zu finden. Also, wie kannst du herausfinden, wer du bist, wenn du dich nicht ausprobierst? Und ich finde, zu diesem Ausprobieren gehört auch nicht, ja, Spielen dazu, aber nicht in einem negativen Aspekt. Einfach, du probierst dich aus, wer will ich sein, wie möchte ich sein, wie möchte ich, ja, wie möchte ich rüberkommen, ist das überhaupt dann das, so, wie ich einfach sein möchte. Ja, ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Deswegen, also das wären so Situationen, wo ich mal gespielt habe, wenn man das dann so, ja, ausdrücken möchte. So, weiter. Welcher Mensch holt das Beste aus dir heraus? Ja, das wird hier jetzt schon wieder ein Podcast über meinen Verlobten, ne? Also, ja, was soll ich sagen, Leute? Also, mein Verlobter holt schon das Beste aus mir raus. Also, man selber sollte auch das Beste aus sich rausholen, aber ich finde auch dieser Spruch, du kannst nicht geliebt, also, du kannst nicht lieben, wenn du dich selber nicht liebst, ein bisschen falsch. Weil, ja, ich hatte eine Grundliebe für mich selber und ich finde, jeder sollte eine Grund, also eine positive Grundeinstellung gegenüber sich selbst haben. Aber mein Verlobter hat nochmal wirklich mir gezeigt, so, hey, das und das bist du wert, du solltest selbstbewusst sein, du kannst das. Dieser Podcast ist das beste Beispiel. Warum habe ich es die ganze Zeit nicht gemacht? Ja, weil ich irgendwie Angst hatte, weil man da reinkommen muss, weil das etwas ist, wo man denkt, man müsste jetzt performen, wo man direkt, ja, on point sein muss. Aber bin ich nicht. Leute, mein Arm wiegt gerade zehn Kilo wegen diesem Mikrofon. Ich bin überhaupt hier gar nicht on point. Ich mache einfach. Ich mache es einfach und ich mache es aber wegen meinem Verlobten, weil er gesagt hat, do it. Also, mach es einfach. Ja, und deswegen sitze ich jetzt hier. Deswegen, also, ich würde schon sagen, mein Verlobter holt das Beste aus mir raus und so sollte das auch sein. Ich finde, die Person, mit denen du am engsten bist, vor allem dein Partner, diese Person sollte das Beste aus dir rausholen. Und du natürlich auch aus dir selber. Weil, wenn er jetzt das Beste aus mir rausholen möchte und ich es nicht zulasse, geht es natürlich auch nicht. Deswegen, da gehört immer ihr und dann noch eine andere Person natürlich mit dazu. Hast du schon einmal zu jemandem, ich liebe dich gesagt und es nicht so gemeint? Ja. Ja. Und zwar, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen schockierend an für alle. Ich finde die Fragen super. Also, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen schockierend an für alle. Weil, ja, warum sagt man, ich liebe dich, wenn man es nicht so meint? Das ist im Endeffekt genau dasselbe, wie zu sagen, ich habe mal gespielt oder ich war mal jemand anders. Was man früher als Liebe empfunden hat oder was man dachte, was Liebe ist, ist ja vielleicht etwas ganz anderes, als es heute mit 29 ist. Ja, ich bin übrigens 29. Da kann ich nicht sagen, dass wenn ich mal mit 20, ich liebe dich gesagt habe, dass das dasselbe war wie jetzt. Und ich glaube, dass man auch vielleicht in Situationen, ich liebe dich sagt, wo man denkt, man meint es. Und man hat es in der Situation so gemeint. Aber jetzt im Nachhinein denkt man sich, nein, so war es gar nicht. Das war vielleicht mehr eine Illusion, ein Wunschgedanke, vielleicht auch einfach nur ein schnelles Gefühl, was man hatte in einem Moment. Aber es war nicht richtig dieses richtig lieben, bedingungslos lieben und auch einfach nicht nur aus dem Gefühl heraus lieben. Ich finde, Liebe ist nicht, also jetzt mittlerweile für mich, nicht nur ein Gefühl. Also ich brauche nicht Schmetterlinge im Bauch zu haben, um zu sagen, dass ich jemanden liebe. So. Und Liebe kann natürlich auch verschieden definiert werden. Deswegen würde ich schon sagen, ja, ich habe das auf jeden Fall schon mal gesagt. Auf jeden Fall habe ich schon mal, ich liebe dich gesagt und es nicht so gemeint. Oder anders gemeint. Oder nicht gefühlt. Ich war, ich war, du, das, ja, das ist eine interessante Frage. Ja, doch, ich würde es so einschätzen. Ich würde schon, ich glaube, das wäre gelogen, wenn jemand sagt, man hat das noch nie gesagt, ohne es zu meinen. Nee, ich glaube schon. Was ist deine absurdeste Party-Story? Dazu muss ich sagen, ich bin ein richtiger Stubenhocker eigentlich. Die, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, ich hatte auch mal eine Partyzeit. Eine Partyzeit in dem Sinne, ich war auf Partys und ich habe Party gemacht. Aber dadurch, dass ich seit ich 18 bin, seit meinem 18. Geburtstag, um genau zu sein, trinke ich keinen Alkohol mehr. Und dadurch, ich glaube, weil die, ich finde immer, wenn Leute von Party-Stories erzählen, dann ist es immer, ja, da war ich so besoffen und da habe ich das und das gemacht. Und da, oh ja, Absturz und, oh, Blackout und so. Das habe ich alles gar nicht. Das kenne ich gar nicht. Also, deswegen absurdeste Party-Story. Ich habe schon absurde Partys gefeiert, vor allem mit meinem Verlobten, weil der früher Partys veranstaltet hat. Und auch die Partys, wo er mich dann mit hingenommen hat, die waren einfach legendär. Also, ich hatte wirklich legendäre Partys, deswegen bin ich auch von so vielen Sachen mittlerweile gelangweilt oder so vieles, ja, befriedigt mich nicht mehr oder gibt mir halt keinen Reiz, jetzt zu sagen an einem Samstag, ja, let's go, lass uns Party machen, lass uns eine absurde Partynacht haben. Weil, ja, was wäre da jetzt noch so absurd, was ich noch nicht erlebt habe? Ich weiß es nicht. Also, wenn ich eine absurde Party-Story hätte, dann wäre sie auf jeden Fall nicht von mir selber und deswegen, da mir jetzt auf Anhieb nichts einfällt, würde ich es sowieso für mich behalten, wenn mir was einfallen würde. Aber absurd, absurd, absurd ist halt auch so ein Wort, das ist wie, ja, war dir schon mal was peinlich? Boah, nee. Was war absurd? Absurd ist halt, absurd ist ja so etwas, was du dir nicht vorstellen kannst. Ich kann mir alles vorstellen, Leute. Ich habe hier gestern mit meiner Freundin und meinem Verlobten, äh, Dings geguckt, äh, wie hieß das? Saltburn? Saltburn. Die Reactions von Saltburn, Leute, ne? Die waren ja geisteskrank. Also, was ich auf TikTok gesehen habe, war ja nur, wie Leute das mit ihren Eltern geguckt haben, das fand ich schon, das fand ich absurd, so etwas mit deinen Eltern zu gucken. Aber die Reaktion war so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und deswegen haben wir das geguckt, weil wir dachten, was kann da Krankes abgehen, was man sich nicht denken kann, was man nicht vorhersehen kann und was man noch nie gesehen hat. So, und dann haben wir das gestern geguckt und das wäre ja so etwas, was auch absurd wäre. Und die, 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 ähm, ja, die Reactions da drauf waren ja auch so, als ob die das Absurdeste der Welt gesehen haben, das Krankeste der Welt. Und ja, es war schon krank und Achtung, ich möchte jetzt nicht spoilern, deswegen gehe ich jetzt nicht ins Detail. Aber, wenn ich es runterbreche, war das nichts, womit ich nicht gerechnet hätte. Nichts, was so krank war, dass man das noch nie gesehen hat irgendwo. Ich weiß nicht, die eine Szene, also ein paar Szenen haben mich schon schockiert, so kurz. Aber dann dachte ich, ja gut, anders hätte es ja auch nicht sein können. Also, dass für mich etwas komisch ist, ist schon sehr schwer. Ich bin schon sehr, ich habe schon viel erlebt. So, nächste Frage. Gibt es etwas, wofür du mehr Freiraum benötigst? Wovon brauchen die Leute von mir Freiraum? Nein, Freiraum benötige ich für mich. Also mehr nicht, weil ich habe genug Freiraum. Auch durch meinen Job kann ich mir ja Freiraum schaffen, wie ich ja nicht lustig bin. Ich muss natürlich auch was machen, aber ich bin ja schon sehr frei in dem, was ich mache. Frei gleich Freiraum für mich. Und ich habe wirklich gemerkt, auch durch die Beziehung mit meinem Verlobten, ich nenne ihn jetzt übrigens Lizzo, weil ich finde es irgendwie cringe, immer Verlobter zu sagen, Lizzo. So, die meisten kennen ihn ja auch, aber wenn ich den Namen sage, dann wissen vielleicht einige das nicht. Aber Lizzo, so, Lizzo ist mein Verlobter und Lizzo wird jetzt Lizzo genannt, weil er ist eine eigenständige Person und nicht nur mein Verlobter. Oh mein Gott, ich sehe hier schon die nächste Frage, so lustig. Wofür schämst du dich? Ha, nix. Deswegen können wir die schon mal beiseite legen. So, wofür benötige ich Freiraum? Das ist irgendwie schon so ein richtiger Pärchen-Podcast ohne Pärchen hier gerade. Ich war früher ein Mensch, der sehr anhänglich war. Also, was heißt war? Also, ich bin immer noch sehr anhänglich. Ich mag einfach, ich mag gerne Bestätigung. Ich mag gerne Zuneigung. Meine Love Language, würde ich auch sagen, ist auch, ja, sehr körperlich. Nicht nur körperlich, aber macht einen Großteil aus. Also, mir ist das schon sehr wichtig. Aber ich habe durch die Beziehung zu Lizzo auch gelernt, dass ich tatsächlich viel Freiraum brauche. Also, ich brauche sehr viel Zeit für mich selber. Ich bin gerne alleine. Ich bin gerne mit mir selbst. Und das brauche ich auch, sonst kann mein Kopf gar nicht arbeiten. Also, ich brauche das richtig, um so zu mir zurückzufinden, auch abends. Ich brauche so viel Me-Time. Also, sagen wir, ich war den ganzen Tag unterwegs, dann brauche ich richtig meine Me-Time abends. Deswegen bin ich dann auch oft so lange wach, weil, ja, ich recharge. Ich recharge den Tag und ich reflektiere den Tag vor allem und ich brauche das. Also, ich brauche richtig Zeit für mich selbst. Ich bin jetzt auch niemand, der so jeden Tag was unternehmen kann, jeden Tag mit Freundinnen sein kann. Nee, deswegen würde ich das schon mal so sagen. Oh mein Gott, Leute. Ich und Sitzen, ne? Das ist auch noch hier ein anderes Thema. Ich und Sitzen, das ist eine wilde Nummer, vor allem für eine Stunde. So. Dieses Mikrofon ist so schwer, ich sage euch das, ne? Wenn ich hier kein Stativ kriege, ne? Vielleicht muss ich mal die andere Hand benutzen. Was ist ungewöhnlich an dir? Oh, wo soll ich anfangen? Ich habe ja nur eine Stunde, wo soll ich anfangen? Was ist ungewöhnlich an mir? An mir ist eine Menge ungewöhnlich. Also, das merke ich einfach an, ja, zwischenmenschlichen Situationen, an Beziehungen, an allem drum und dran. Ich bin schon keine einfache Person. Und ich habe gerade das Mikrofon gewechselt, obwohl ich es gar nicht wechseln wollte. Nee, ich bin eine sehr schwierige Person. Wie gesagt, mein Leben hat keinen Faden. Ich bin sehr chaotisch, aber irgendwie auch aufgeräumt. Ich bin, ähm, habe die Frage jetzt schon wieder vergessen. So bin ich. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ähm, ich bin, ja, schon viel. Ich bin schon viel, aber auf eine, auf eine gute Art und Weise eigentlich. Also, ich finde, mich in seinem Leben zu haben, ist eigentlich eine Bereicherung. Kann ich nicht mehr sagen. Und das Ungewöhnliche an mir, richtig ungewöhnlich. Ich will immer so spezifisch werden, aber da gibt es so viele Sachen. Ich finde das übrigens immer sehr toll, wenn das jetzt zum Beispiel eine andere Person beantworten würde. Ich finde es immer ganz toll, mich aus dem Blickwinkel von anderen Personen zu erleben. Also, was wäre denn jetzt ungewöhnlich an mir für eine andere Person? Ich bin sehr dramatisch. Das ist schon sehr ungewöhnlich, weil das verwechseln viele Leute mit, ja, viele können ja mit diesem Drama nicht umgehen. Ich bin aber so eine Person, ich bin einfach kurz, lass mich einfach kurz dramatisch sein, ich komme wieder klar. Und ich bin auch nicht dann böse dramatisch, ich bin einfach dramatisch. Ich bin sehr, ich, ich habe sehr viele Gefühle einfach. Sehr viele in sämtliche Richtungen. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, weil ich finde, irgendwie die Leute, die ich treffe, die meisten Leute haben irgendwie ihre Emotionen unter Kontrolle. Ich habe das nicht so mitgekriegt. Ich habe wenig unter Kontrolle. Ja, das ist schon sehr ungewöhnlich. Aber ist es, ist es ungewöhnlich? Bin ich ungewöhnlich? Ich weiß nicht. Sehe ich mich ungewöhnlich? Ja, schon. Bin ich wirklich ungewöhnlich? Kann ich nicht, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Deswegen, onto the next. Achso, da bin ich ja schon. So. Was liebst du an dir selbst? Die Ungewöhnlichkeit. Nee, ich meine das jetzt auch wirklich ernst. Das soll jetzt auch kein lustiger Spruch sein oder weil ich es gerade gesagt habe. Aber irgendwie ist alles, das habe ich auch früher immer bei Bewerbungsgesprächen gesagt. Meine Stärken sind meine Schwächen und meine Schwächen sind meine Stärken. Also ich finde, ja und das ist jetzt das, genau das ist jetzt so ein Spruch, wo alle Leute sagen, oh wow, voll toll, wow, das nehme ich mir mal ein bisschen mehr zu Herzen. Und ich sitze dann hier später wieder, habe irgendeine Schwäche bei mir entdeckt oder einen schwachen Moment und heule mir dann die Seele aus dem Leib, anstatt zu denken, ja ist doch aber auch gar nicht so schlimm. Ich kann gut reden, das mag ich auch an mir. Ich kann sehr gut reden, so fake it till you make it mäßig. Ich kann gut manifestieren dadurch, das liebe ich an mir. Ja, schwierig zu sagen, aber ich habe früher immer gesagt, ich liebe das an mir, dass ich sehr ehrlich bin. Ich hatte aber auch eine Phase, wo ich mir dann immer wirklich gedacht habe, wärst du mal nicht ehrlich gewesen, hättest du mal das doch nicht gesagt, wärst du vielleicht mal nicht so ein bisschen drüber gewesen, dann wären dir vielleicht viele Situationen erspart worden. Aber mittlerweile denke ich mir, dadurch, dass ich so ehrlich bin, durchlebe ich viele Sachen viel schneller, die eh dazu gekommen wären. Aber da ich so ehrlich war in dem Moment, hat sich schneller rauskristallisiert, wo man steht, was es ist, wie die Situation ist und was man an der anderen Person hat oder wie die andere Person zu mir steht. Und ja, deswegen sage ich auch immer ehrlich sein, Leute, weil es ist besser, ehrlich zu sein und die richtigen Leute um sich zu haben, als unehrlich zu sein und mit tausend Leuten zu sein. Und die kennen dich gar nicht und du bist voll traurig zu Hause, weil du die ganze Zeit etwas spielen musst. Deswegen, das mag ich schon an mir sehr gerne. Und ich mag auch, dass ich so neutral bin. Ich sage immer, wie ich auch eben gesagt habe, Leute kommen immer zu mir, wenn sie Probleme haben und sie wissen ganz genau, Sarah sagt, wie es ist. Und Sarah sagt auch ihre ehrliche Meinung, wenn man sie danach fragt und manchmal auch, wenn man sie nicht fragt. Aber bei mir kriegst du immer Hilfe. Bei mir kriegst du immer Hilfe. Ich lasse dich nicht im Stich, wenn es dir schlecht geht. Ich baue dich auf und ich sage dir, was du hören musst. Und da bin ich auch schon oft gegen die Wand mitgelaufen. Oder die Leute haben sich dann halt von mir abgewendet, weil sie das, was ich gesagt habe, nicht hören wollten, nicht akzeptieren wollten. Weil wenn du Leute mit der Wahrheit konfrontierst oder ihnen vielleicht mal einen anderen Blickwinkel von der Situation schilderst, dann kann es schon bei der einen oder anderen Person kritisch werden. Ich kenne das auch von mir selber. Manchmal will man auch keine Kritik haben. Aber ich bin halt so eine Freundin. Ich sage dir, wie es ist. Also nur, weil ich deine Freundin bin, sage ich dir jetzt nicht, dass du alles richtig gemacht hast, wenn du es nicht richtig gemacht hast. Und das mag ich eigentlich sehr gerne an mir. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Welche Regel brichst du am liebsten? Ja, alles, was keine Regel aufgestellt ist von mir selber, wahrscheinlich. Weil ich bin so ein Mensch, ich lasse mir sehr ungern was sagen, laut Lizzo. Und ja, Regeln. Also ich bin schon jetzt keine Regelbrecherin in dem Sinne, dass ich hier jetzt, keine Ahnung, durch die Weltgeschichte gehe und sämtliche Regeln breche. Wir sind hier in Deutschland, hier Zucht und Ordnung. Ähm, nee, aber ich, äh, was breche ich für Regeln? Ja, eigentlich breche ich keine Regeln. Ich breche keine Regeln, die wirklich Regeln sind und wofür du dann vielleicht in den Knast kommen könntest. Solche Regeln breche ich nicht. Selten. Aber nee, sonst, ich bin eigentlich sehr normal, was das betrifft. Also ich bin jetzt nicht so der Rebell, der hier jetzt sämtliche Regeln bricht. Aber wenn jetzt jemand kommt und mir eine Regel aufstellt, die ich selber nicht gemacht habe und die ich selber nicht akzeptiere, dann halte ich die natürlich nicht. Und wir brechen wahrscheinlich auch einfach ab und zu mal Regeln, so wie man läuft mal über Rot. Wow. Äh, ja, keine Ahnung, sowas halt. Richtig schlimm. Wann hast du mal etwas richtig krass verpatzt? Boah, das sind so richtig spezifische Fragen. Wann habe ich mal was verpatzt? So, boah, einige Male habe ich was verpatzt in meinem Leben. Was habe ich verpatzt? Eine Menge. Eine Menge habe ich verpatzt. Aber, äh, wie gesagt, ich habe da irgendwie jetzt nichts Spezifisches, wo ich sagen kann, oh, da habe ich es richtig versaut. Weil ich bin generell kein Mensch, der sich irgendwie so richtig versaut durch eine Aktion, wo ich euch jetzt sagen kann, oh, da habe ich richtig Mist gebaut. Vielleicht habe ich das irgendwo und ich weiß es nicht und die Person guckt sich das jetzt an und denkt so, oh, Sarah, du hast mir das und das und das angetan. Dann melde dich gerne bei mir, ich bin offen, falls ich dir was angetan habe, lass es uns klären. Also, jetzt nichts, was irgendwie mein Leben schlag, ach ja, ja, gut, ich hätte, ich hätte ab und zu vielleicht eine andere Straße nehmen sollen, bin ab und zu mal falsch abgebogen, ähm, hab halt meine Erfahrungen gemacht im Leben, sag ich mal so, aber jetzt so richtig was verpatzt, wo mir das noch nachhängt, wo ich sage, ja, das war's und das belastet mich immer noch und da habe ich diese und diese, ähm, Konsequenzen draus ziehen müssen. Nicht wirklich. Also, ich finde alles, was ich verpatzt habe, wo ich dann sauer auf mich selber war oder wo ich dann dachte, irgendeine Tür schließt sich, das ist immer besser geworden. Deswegen verpatzt ruhig Dinge, weil daraus könnt ihr ja nur lernen. Was ist die härteste Lektion, die du bisher über die Liebe gelernt hast? Oh, das sind so diebe Fragen, da muss ich mich richtig drauf vorbereiten und das ist der Unterschied an einem YouTube-Video. Ich könnte jetzt hier sitzen und erstmal überlegen und dann könnte ich weiterreden und es schneiden, aber jetzt muss ich so schnell wie möglich eine Antwort finden, damit wir hier nicht eine 10-minütige Denkpause haben. Ah doch, da fällt mir was ein und das würde ich auch wirklich jedem ans Herz legen, da habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Oder da denke ich sehr oft drüber nach, weil gerade in dieser Social-Media-Welt sind ja oft diese ganzen Couples, die werden verfolgt und die werden so auf einen Thron gesetzt. Und das ist Liebe und so muss meine Beziehung auch sein und es wird so viel verglichen und es wird ja auch nur das Gute gezeigt in den meisten Fällen. Und auch dieses, ich sehe das sehr oft in Kommentaren von denjenigen Bloggern dann, wenn die sich trennen, was oft der Fall ist, ich glaube jetzt nicht mehr an die wahre Liebe. Oh, wenn Person XY sich getrennt hat, dann glaube ich jetzt nicht mehr an die wahre Liebe. Wie könnt ihr aufgrund von anderen nicht mehr an die wahre Liebe glauben, weil ihr wisst doch gar nicht, ob die Liebe von denen wahr war und ob sie für euch die wahre Liebe war. Weil ich finde, Liebe ist eine Definition für jeden selbst und das fühlt auch jeder anders, das ist ja ein Gefühl. Das kannst du ja nicht auf andere projizieren und sagen, ja okay, so wie die sind, möchte ich jetzt auch sein und so funktioniert es vor allem für mich. Und was ich gelernt habe und was eine harte Lektion war und wo ich dann auch oft wirklich an meine Grenzen gekommen bin, ist dieses Liebe auf den ersten Blick gefasel. Liebe auf den ersten Blick gibt es nicht. Du verliebst dich, wenn überhaupt, in eine Illusion deiner Vorstellung von Liebe. Das heißt, wenn du eine Person siehst, du unterhältst dich ein, zwei Mal mit der, keine Ahnung, ihr habt auch ein Date. Ich weiß ja nicht, wie, das ist ja auch, was ist Liebe auf den ersten Blick? Was ist dieser erste Blick? Weil man kennt das ja, man sieht dann jemanden und man hat dann so einen Crush sozusagen auf den und dann habt ihr dieses Gefühl von verliebt sein vielleicht. Aber auf was basiert das? Was ist denn dieses Gefühl von Liebe? Auf was basiert das, dieses verliebt sein? Das kann ja auf gar nichts Realem basieren, weil ihr ja noch nichts erlebt habt. Das heißt, ihr kennt die Person nicht. Ihr wisst nicht, wie die Person tickt. Ihr könnt diese Person nicht lieben. Ihr liebt eine Vorstellung von dem, was ihr gerne hättet und projiziert das auf die andere Person, was auch natürlich unfair ist. Und ab und zu, das möchte ich nämlich dazu sagen, ab und zu habt ihr Glück und es stellt sich dann wirklich als die Vorstellung heraus, die ihr hattet, was sehr selten ist, was aber vorkommt. Oder ihr habt halt wirklich dieses Pech und das ist die schlimmste Beziehung, die ihr wahrscheinlich eingegangen seid in eurem Leben. Da, wo ihr dachtet, ihr habt euch auf den ersten Blick verliebt oder das ist es jetzt so, das muss es sein und ihr zwängt euch da in eine Vorstellung rein, die nicht der Realität entspricht. Und das ist halt oft das Problem und das musste ich auch lernen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich alle fünf Minuten in jemanden verliebt habe auf den ersten Blick. Aber es ist natürlich bei mir auch vorgekommen, dass ich schon mal in eine Beziehung sehr schnell eingegangen bin. Ich war zwar auch lange dann in dieser Beziehung, was es nicht besser gemacht hat. Es war nicht das Richtige einfach am Ende des Tages. Und dass es auf dieser Lüge oder auf dieser Illusion passiert, von Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Weil man kennt das auch aus Filmen, man steigert sich total in sowas rein und ist so, genau so muss es jetzt sein und genau so ist es. Und am Anfang, geben wir es doch mal wirklich zu, am Anfang ist doch meistens alles schön. Und wenn nicht, dann ist ja sowieso schon irgendwas falsch. Mensch, wenn bei euch in den Beziehungen, das sehe ich ja so oft auch im Trash-TV, wenn die sich dann da an irgendeinen Typen halten oder an irgendeinen Mädel halten. Und da ist einfach schon die Kacke am Dampfen, Leute. Und die sind so, doch, der ist es. Der muss es sein. Ja, da, wo am Anfang die Kacke schon richtig mies am Dampfen ist, da wollen wir uns auch noch reinsetzen. Schön in die Scheiße. Nee, das ist aber, glaube ich, alles, weil du eine Illusion hast von einem Menschen oder dir eine Art Beziehung und eine Art von Liebe vorstellst und hoffst, und das betone ich, hoffst, es in dieser Person zu finden, weil sie dir vielleicht optisch gefällt, weil euch das erste Gespräch gefallen hat oder die erste Begegnung oder weil das einfach so ein bisschen mystisch war. Einfach, wir sind alle im Film, Leute. Wir müssen rauskommen aus dem Film und dann wird es auch mit der Liebe klappen, dann klappt das auch mit der tollen und nicht toxischen Beziehung. Ich sage euch das. Da reden wir noch drüber. Wir reden da noch richtig ernst drüber, weil ich sehe schon, wo es hingeht hier. Und ich glaube, das sind auch Themen, worüber ihr gerne sprechen wollen würdet. So, als ob ihr mir jetzt diese Fragen gestellt habt. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Meine schönste Kindheitserinnerung ist tatsächlich, dass es mir natürlich nie an etwas, natürlich, also das ist jetzt falsch ausgedrückt, es ist nicht natürlich oder selbstverständlich, dass es mir an nichts gefehlt hat, aber mir hat es eigentlich an nichts gefehlt. Ich war auch lange Einzelkind, sechs Jahre, das heißt, ich habe wirklich alles bekommen, alles, was ich wollte sozusagen, was jetzt auch im Nachhinein nicht immer das Beste war, so an die Erziehungsberechtigten hier unter euch. Aber meine schönste Kindheitserinnerung ist tatsächlich meine Oma, jetzt wird es traurig, aber das muss ich so sagen. Die ist leider dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr, krass, das ist einfach schon ein Jahr her, Leute. Ne, meine Oma ist letztes Jahr im Januar verstorben, am 12. Und das war, das war ein Ding, das hat mich auch sehr belastet, weil meine Oma ist wirklich die schönste Kindheitserinnerung, weil mit meiner Oma, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also entweder man hat dieses, man macht mit seinen Eltern super viel, meine Eltern haben zwar auch Sachen mit mir gemacht, aber ich habe so die meisten prägendsten Sachen mit meiner Oma erlebt. Meine Oma hat mir Fahrradfahren beigebracht, meine Oma hat mir Schwimmen beigebracht, ich war mit meiner Oma dauernd im Urlaub, ich war mit meiner Oma im Zoo, in irgendwelchen Freizeitparks, allgemein Minigolfspielen im Kino. Ich habe alles mit meiner Oma gemacht, Leute. Meine Oma ist für mich, also ja, schon wie eine zweite Mama eigentlich. Ich habe dauernd bei ihr geschlafen und was ich so toll an meiner Oma fand, ist einfach ihre Werte. Und das hat mich auch so traurig gemacht an ihrem Tod, dass ihre Werte mitgestorben sind, weil ich finde, gerade jetzt die Generation, die wir so durchleben oder die neuen Generationen, ich finde, da fehlen oftmals die Werte, die ältere Menschen uns noch vermittelt haben, die vielleicht auch noch ein bisschen auf unsere Eltern übergeschwappt sind, die aber immer und immer mehr aussterben. Und das finde ich richtig, richtig traurig und richtig schade. Und ich hoffe einfach, dass ich so viele gute Werte, wie meine Oma mir mitgegeben hat und so viele gute Werte, wie meine Eltern mir dann auch noch mit übergeschwappt haben, dass die bei mir bleiben und dass ich mich so oft daran erinnere und das dann auch meinen Kindern weitergeben kann, meinen Freunden weitergeben kann. Ich habe zum Beispiel auch eine relativ junge Freundin. Wir haben neun Jahre Altersunterschied. Die wird ja auch noch in den Podcast eingeladen, weil das finde ich ganz interessant mit diesen neun Jahren Altersunterschied. Und man merkt es. Und damit sage ich nicht, dass ihre Werte falsche sind, aber ich finde, die Priorität liegt heute in der Generation irgendwie ganz woanders. Und so diese kleinen Dinge fehlen einfach, diese kleinen wichtigen Sachen. Eine schöne Kindheitserinnerung ist zum Beispiel, dass meine Oma immer, wenn ich von der Schule kam, meine Schule war relativ nah an meiner Oma dran. Das heißt, ich habe oft dort geschlafen und bin von der Schule dann zu ihr nach Hause oder auch dann morgens von meiner Oma zur Schule gelaufen. Oder sie hat mich gebracht. Und immer, wenn ich gegangen bin von meiner Oma oder gekommen bin, hat sie auf dem Balkon oder an ihrem Fenster gestanden und mir gewunken. Und das habe ich auch auf ihrer Beerdigung gesagt, dass das so eine tolle Eigenschaft ist, weil wer macht sowas heutzutage noch? Wer steht, wenn du das Haus verlässt oder kommst, immer am Fenster und wartet auf dich? Und winkt dir mit so einem richtig schönen Lächeln, wo du einfach schon denkst, der Tag kann ja jetzt gar nicht schief gehen. Einfach schön. Und das ist auch eine sehr schöne Kindheitserinnerung. Also ich habe super viele schöne Erinnerungen an meine Kindheit, muss ich wirklich sagen. Das ging dann erst im Teenager-Alter los, wo die Erinnerungen dann nicht mehr so schön wurden. Und das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Da können wir auch auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Müssen wir auch. Weil das, glaube ich, Themen sind, die gerade für einen Podcast super geeignet sind. Aber ja, meine Oma ist meine schönste Kindheitserinnerung. Und ich habe so viel über sie jetzt geredet. Mal gucken. Ich habe jetzt gar nicht die Zeit hier im Kopf, wie lange ich hier schon mit euch sabbe. Was ist deine bisher größte Leistung im Leben? Es bis hierhin geschafft zu haben. Hier zu sitzen mit meinem eigenen Podcast. Leute zu haben, die mich unterstützen. Meine Follower zu haben. Einfach mir das aufgebaut zu haben, was ich habe. Meine größte Leistung. Ja, wirklich an mich geglaubt zu haben, bis hierhin. Also nicht aufgegeben zu haben einfach. Egal, wie hart es war. Egal, wie schwer es war. Und auch, wenn man mal das Gefühl hatte, man hat aufgegeben, immer zurückgekommen zu sein. Sich immer wieder rausgerissen zu haben. Ja, Krone richten weiter mäßig. So dumm sich das auch anhört. Ich hasse diesen Spruch eigentlich. Aber es passt gerade so richtig gut. Und ich finde, das sollte jeder so machen. Weil das ist die größte Leistung, die du im Leben eigentlich erbringen kannst. Bei dir selbst zu bleiben. Für dich selbst zu stehen. Und einfach dein Ding zu machen. A la No Fox Given. Und das ist auch so ein bisschen mehr mein Ziel. Jetzt gerade für 2024. No Fox Given richtig ernst zu nehmen. Warum habe ich diesen Slogan? Warum habe ich dieses Lebensmotto? Warum mache ich einen Podcast, der so heißt? Warum feiert ihr diesen Spruch? Weil es einfach, es ist aussagekräftig. Und ich sage damit nicht, man sollte keine Fix geben auf egal was im Leben. Sondern du solltest einfach zu dir selbst stehen und dein Ding durchziehen. Egal was andere sagen. Und das ist glaube ich schon meine größte Leistung im Leben. Und so einen tollen Partner gefunden zu haben. Das ist eine super Leistung, Leute. So. Hallo. Frage. Nächste Frage. Die Karte hing hier gerade fest. Wie ist jemand, der das Gegenteil von dir ist? Boah. Das Gegenteil von mir. Das ist schon sehr drastisch, das Gegenteil von mir zu sein. Also ich denke, das Gegenteil von mir zu sein, ist sehr ruhig und reserviert zu sein. Sehr bedacht. Ich bin nämlich überhaupt kein bedachter Mensch. Ich rede einfach drauf los. Das Gespräch hatte ich letztens auch mit Lizzo. Weil er ist zum Beispiel, was so die Gefühle betrifft, das komplette Gegenteil von mir. Also er hat zum Beispiel seine Gefühle zu 98 Prozent unter Kontrolle. Wirklich unter Kontrolle. Und das finde ich so schön an ihm. Und da möchte ich mir auch immer ein Beispiel nehmen. Weil ich finde, sobald du deine Gefühle unter Kontrolle hast, bist du auch mehr in Kontrolle mit dir selbst. Und im Reinen mit dir selbst. Weil ich habe oft dieses so, ja, Oversharing. Oder hätte ich das jetzt sagen sollen. Aber ich denke halt nicht so viel nach. Also ich sammle halt einfach drauf los. Und das, was rauskommt, kommt dann raus. Klar, ich bin schon jetzt nicht komplett unbedacht bei dem, was ich sage. Aber ja, das komplette Gegenteil von mir ist dann schon so eine sehr ruhige Person. Eine sehr ordentliche Person. Ich suche mir zum Beispiel immer Freundinnen, die komplett ordentlich sind. Also ich habe eigentlich auch zum größten Teil Freundinnen, die irgendwie komplett das Gegenteil von mir sind. Aber irgendwie auch total gleich. Und das, finde ich, ist das Schöne. Irgendwie sich so anders zu sein. Und so komplett das Gegenteil zu sein. Aber sich trotzdem zu ergänzen. Und ich finde, da liegt auch die Kunst dran. Weil oft ist es ja auch so, dass auch gerade in Beziehungen man sich irgendwie Leute sucht oder man sagt, oh, der hat jetzt nicht denselben Musikgeschmack wie ich. Ja, das passt ja gar nicht. Oh, der mag ja gar nicht dasselbe Essen wie ich. Oh, nee. Der hat ja nicht denselben kompletten Style wie ich. Oh, nee. Also es gibt ja so viele oberflächliche Sachen, wo Leute dann wirklich sagen, da ist für mich schon die Grenze, weil das und das nicht passt. Weil man irgendwie so oft dieses Bild im Kopf hat. Oder ich merke das oft bei anderen. Man muss gleich sein. Um sich zu verstehen, muss man gleich sein. Und ich finde, um sich zu verstehen, muss man nämlich genau das Gegenteil sein. Weil ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Freundinnen hatte oder Bekanntschaften hatte, die mehr in meine Richtung gehen, die halt so ein sehr starker Charakter waren, das hat sich immer gecrashed. Also nicht von mir aus, sondern ich hatte oft das Gefühl, dass solche Leute oft das Gefühl von Konkurrenz in mir gesehen haben dann. Und das haben zum Beispiel meine ruhigeren Freundinnen gar nicht bei mir. Oder meine reservierteren Freundinnen, die einfach, ich weiß nicht. Keiner meiner Freundinnen hat ein Konkurrenzverhalten bei mir. Oder fühlt sich durch mich eingeschüchtert. Ich finde aber Leute, die mehr so sind wie ich, die fühlen sich mehr eingeschüchtert von mir. Vielleicht weil man so gleich ist. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch klappen. Aber ich finde, die Kunst liegt im Anderssein und sich deswegen zu verstehen. Und ich mag auch Leute, die das Gegenteil von mir sind, weil man von denen was lernen kann. Wenn du eine Person hast, die genauso ist wie du, ja toll, hast du noch eine Person, die ist wie du. Ja, also mit deinen Fehlern, mit deinen tollen Sachen, mit deinen Stärken und Schwächen. Aber wenn du jemanden hast, der so das komplette Gegenteil von dir ist, hast du andere Stärken und andere Schwächen und das finde ich toll. Das finde ich toll und das macht auch eine Person für mich interessant, das Gegenteil von mir zu sein. Ja, aber was genau die Gegenteile sein müssten, ja, also ich finde schon eine Person, die eher ruhiger ist, die vielleicht auch nicht immer so zu ihrer Meinung steht. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, der fällt es sehr schwer, auf ihrer Meinung zu beharren. Ich liebe das, weil ich gebe ihr das. Sie nimmt das von mir. Sie lässt sich von mir aufbauen. Sie lässt sich von mir dann dieses Selbstbewusstsein geben. Und andersrum lässt sie mir vielleicht ein anderes Selbstbewusstsein in einer anderen Situation, was sie hat, was ich nicht habe, geben. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde einfach, von Gegenteilen kann man nur lernen und es ist nichts Negatives. Toll. So, hier haben wir noch ein paar Fragen. Leute, hier, Fragerunde. Toll, ich finde es super. Welches Geheimnis hast du bis heute vor deinen Eltern gehütet? Ja, das würde ich ja jetzt nicht... Diese Fragen finde ich immer super, weil wer sagt jetzt, dass ich das jetzt sagen möchte? Nee, aber... Boah, welches Geheimnis? Hehehe. Ich habe eigentlich keine Geheimnisse, das ist das Problem. Und ein Geheimnis, was ich hatte, oder es war nicht mal richtig ein Geheimnis, es war einfach eher was, was ich halt nicht gesagt habe, weil es nie zur Sprache gekommen ist oder weil es auch dumm gewesen wäre, das anzusprechen in dem Moment. Und das hatte ich schon mal in einem Fragen-und-Antwort-Video mit meinem Bruder. Das war, glaube ich, diese Spicy-Noodle-Challenge oder so. Da hatten wir uns dann gegenseitig Fragen gestellt. Und da war es so, dass ich zugegeben habe, dass ich immer aus den Taschen von meinem Papa Kleingeld geklaut habe für die Schule, weil mein Papa hatte immer, und ich weiß nicht warum, just in case, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro Stücke in seinen Taschen. Aber wirklich so eine Handvoll, in jeder Tasche. Und da habe ich dann immer so 2, 3 Euro rausgenommen für die Schule. Also ein wirklich harmloses Geheimnis, werdet ihr jetzt denken. Aber es war total lustig, das dann anzusprechen, weil mein Papa das ja überhaupt nicht wusste. Und das Lustigste war, dass mein Bruder dann zugegeben hat, dass er das auch gemacht hat. Und ja, aber so richtig Geheimnisse habe ich nicht, Leute. Ich bin wirklich so ein Mensch, ich wünschte, ich hätte Geheimnisse. Ich wünschte, ich wäre mysterious. Und ich wäre so ein bisschen, ja, so, nee, aber du weißt einfach komplett, wer ich bin. Du weißt, woran du bei mir bist. Ich kann das halt auch irgendwie nicht. Welcher Job wäre es, wenn du etwas ganz anderes machen müsstest? Interessante Frage, weil ja gerade oft bei Content-Creatoren gesagt wird, ja, was macht ihr, wenn es das Internet nicht mehr gibt? Und was macht ihr, wenn die ganzen Follower nicht mehr da sind? Was macht ihr, wenn, ja, Case XY eintrifft? Dazu muss ich sagen, ich bin eine Person, ich kümmere mich erstmal überhaupt gar nicht, was morgen passiert eigentlich. Jetzt schon mehr, als ich es vorher gemacht habe, was auch ein bisschen schade ist, was ich eigentlich ein bisschen mehr machen möchte, mehr im Hier und Jetzt Leben. Aber, jetzt habe ich hier schon wieder die Frage vergessen, Leute. Ich bin so lustig. Also, nochmal, die Fragen fallen hier alle. Ich bin überfordert. So, ja, welchen Job, wenn ich, also, meine Anfangsphase war ja so, ich habe ja nicht schon immer Social Media gemacht. Die Leute denken ja auch immer, ja, das ist das Erste und das Einzige, was ich hätte machen können und das Einzige, was ich machen wollte. Social Media war erstmal keine berufsorientierte Entscheidung, sondern ein Hobby. So, ganz wichtig. Ich finde, heutzutage ist es eher so, dass Leute das wirklich als ihr Berufsfeld aussuchen wollen. Kleine Mädels gucken uns zu und wollen unbedingt Influencer werden. Was völlig in Ordnung ist, was machbar ist. Ist es aber, was für dich ist, die Frage. So, diesen Sprung habe ich ja geschafft, indem ich das ja erstmal als mein Hobby überhaupt gemacht habe und dadurch gemerkt habe, dass es gut funktioniert und dass es wirklich was für mich ist. Weil Freunde auch früher immer gesagt haben oder auch meine Familie, hey, Sarah, du kannst so toll reden, du kannst dich so toll ausdrücken, du hast eigentlich immer irgendwas zu erzählen. Mach doch was mit Moderation. Übrigens, Shoutout an Temptation Island. Ich würde es gerne moderieren. Ich könnte das tausendmal besser als die. Ja, und dadurch habe ich dann damit angefangen, habe aber, seit ich 15 bin im Einzelhandel gearbeitet, habe dann tatsächlich auch eine Ausbildung im Einzelhandel angefangen, aber eher durch meine Eltern. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Das hatte aber leider nicht geklappt, weil man dafür Vitamin B braucht. Auf jeden Fall aus der Stadt, aus der ich komme, weil ich komme ja ursprünglich aus Bremen. Ich sitze zwar jetzt hier in Berlin seit drei Jahren, aber ich komme aus Bremen. und ich wollte Immobilienmaklerin werden, wirklich vom Herzen. Also könnte ich mir jetzt auch immer noch vorstellen. Habe mich auch zwei Jahre darauf beworben. Es hat leider nicht geklappt. Da können wir auch nochmal in einem anderen Video drauf zurückkommen, weil das auch eine längere und auch vor allem lustige Story ist mit meinem Immobilienjob. Und jetzt ist es so, jetzt könnte ich durch das, was ich mache, einfach Immobilienmaklerin werden. Also ich könnte es tatsächlich einfach machen. Ich könnte so viele Sachen machen und gerade durch dieses Content Creator sein, Model sein, Kunden haben und allgemein diesen Job auszuführen, habe ich gelernt. Ich kann alles machen, wenn ich es möchte, wenn ich daran arbeite. Und ja, deswegen gibt es für mich gar nicht diese, ja, was würde ich machen, wenn es das Internet nicht mehr geben würde? Was würden wir alle machen, wenn es das Internet nicht mehr geben würde? Weil die Leute tun immer so, ja, was machen denn die ganzen Content Creator, wenn es das Internet nicht mehr gibt? Was macht ihr denn, wenn es das Internet nicht mehr gibt? Könnt ihr mir ja mal verraten, was ihr dann macht? Ich glaube, dann seid ihr nämlich auch richtig aufgeschmissen. Ich glaube, dann ist die halbe Welt aufgeschmissen, wenn das Internet ausfällt. Deswegen ist es klar bei mir nochmal ein bisschen intensiver, weil es mein Job ist. Aber ich denke, wenn ich es nicht machen mehr könnte oder machen wollen würde, dann würde ich entweder Immobilienmaklerin werden oder Innenarchitektin, Innendesignerin, irgendwie sowas, irgendwas Kreatives. Fotografin, ich bin die beste Fotografin. Wirklich, an mir ist der tollste Fotograf verloren gegangen, weil ich ja vor der Kamera stehe und andere mich fotografieren und es von mir aber meistens lernen, wie man fotografiert. Deswegen das, Leute, ich könnte alles machen und man sagt jetzt, ja, du kannst ja aber nicht einfach Fotografin werden und dann damit voll Geld machen. Doch würde ich aber, würde ich safe. Also ich würde sagen, wenn ich das machen würde, würde ich auch richtig gut da drin sein. Was noch? Ich hatte noch irgendwas gerade. Immobilienmaklerin, Innenarchitektin. Früher wollte ich immer Schauspielerin werden, das kann ich nicht. Das könnte ich jetzt auch, glaube ich, nicht einfach so. Vielleicht durch meinen Namen her dann vielleicht mal eine Rolle irgendwo als Sarah Fox dann so oder weil ich Sarah Fox bin dann vielleicht. Aber was hatte ich noch? Aber es ist trotzdem eine gute Frage, weil früher wollte man ja irgendwie immer was. Also ich finde, jeder, der irgendwas werden wollte, der wird am Ende irgendwas anderes. Deswegen, also da gibt es aber einiges. Ich könnte Managerin sogar werden von irgendjemandem. Versteht ihr, was ich meine? Also die Türen sind offen. Also ich sehe das gar nicht so, dass wenn irgendwas bei mir wegbricht, dass ich dann nichts mehr machen könnte, was mir Spaß macht. Also klar bin ich super dankbar, dass ich das machen kann und ich mache das auch super gerne. Aber das ist nicht das Einzige, was ich kann und das ist auch nicht das Einzige, was ich machen muss. Und ich finde gerade bei Content Creator sein, das ist so krass unterschätzt, da fließen so viele Talente in eins. Vor der Kamera zu reden, zu modeln, zu Schauspielern vielleicht in manchen Situationen. Also lustig, unterhaltsam zu sein, bei Fashion die neuesten Trends zu wissen, sich gut kleiden zu können, das sind alles Talente. Ich finde, das sind alles Talente und hätte man diese Talente nicht, dann könnte man auch einiges nicht machen. Deswegen, da bin ich überhaupt nicht aufgeschmissen. Was suchst du, wenn man dich nachts am Kühlschrank erwischen würde? Also man würde mich auf jeden Fall nachts am Kühlschrank erwischen, weil ich immer sehr lange wach bin und mir gerne auch einen Snack gönne und einen Drink. Einen Drink in dem Sinne natürlich kein Alkohol, sondern mir sind meine Drinks sehr wichtig. Ich trinke immer Club Mate mit Eis und Eiswürfel sind mir auch ganz besonders wichtig. In jedem meiner Getränke muss Eis sein. Der Kühlschrank reicht nicht, also die Kälte vom Kühlschrank reicht nicht. Aber was suche ich? Ich suche wahrscheinlich dann meinen Drink, meine Club Mate oder Eis. Eis ist meine Passion. Ich liebe Eis. Ich liebe Eiscreme. Und es gibt jetzt auch von, ich darf ja leider keine Milchprodukte essen oder was heißt leider, ich bin eigentlich froh. Natürlich macht es mir das oft schwer, aber dadurch muss ich halt oft auf vegane Alternativen zurückgreifen. Und ich liebe dieses neue Magnum Vegan Mandel. Ich kann das jedem nur ans Herz legen. Das hat auch dafür, dass es vegan ist, halt ganz gute Inhaltsstoffe, weil bei vegan ist es ja oft so, viel Soja, trotzdem viel Weizen und Nüsse, Haselnüsse. Ich darf keine Haselnüsse, das hat keine Haselnüsse, sondern Mandeln. Es hat kein Soja, es hat kein Weizen und viele Eissorten. Auch Ben & Jerry hat Weizen, darf ich auch nicht. Also nicht viel, sondern nur in Maßen. Und deswegen, ja, man findet mich am Kühlschrank mit Eis und Club Mate. Wofür bewundern dich andere Menschen? Andere Menschen bewundern mich auf jeden Fall für meinen Kopf. Das klingt richtig lustig. Ja, wofür bewunderst du Sarah für ihren Kopf? Sie hat einen wunderschönen Kopf. Das hat sie auch, das habe ich natürlich, einen wunderschönen Kopf. Aber ich meine für meinen Kopf vom Sinne her meine, woran ich glaube, was ich denke, wie ich reflektiere. Einfach, ja, meine Einstellung. Ich glaube, meine Einstellung und auch mein Selbstbewusstsein lustigerweise, was ich oft tatsächlich auch gar nicht habe. Aber das ist ja dieses Fake it till you make it. Ich glaube, dafür bewundern mich auch einige. Das ist so das, was ich auf jeden Fall meistens zurückbekomme, auch wenn ich euch treffe, meine Follower treffe. Ich höre immer, ey, ich finde das so toll, wie selbstbewusst du bist und wie weit du es geschafft hast. Und dass du immer dein Ding durchziehst und dass du machst, worauf du Lust hast. Und das ist natürlich etwas, wovon man gerade von der Gesellschaft oder von Außeneinflüssen oft abgehalten wird. Oder auch von falschen Leuten, die dir dann einreden, dass das, was du machst, nicht gut ist. Und dann zweifelst du an dir. Und das ist zum Beispiel bei mir oft überhaupt nicht der Fall. Also ich finde, wenn mir jemand sagt, oh nee, das machst du richtig scheiße. Nicht, wenn das eine Person sagt, weil ich finde, Kritik sollte man auch annehmen. Und es ist nicht so, dass ich nicht etwas auch scheiße machen kann oder nicht gut machen kann, nicht gut in etwas bin. Dann natürlich, ich bin nicht gut in allem. Ich bin sehr schlecht in vielen Dingen. Aber wenn jetzt eine breite Masse zu mir ist, also ich würde es eher von einem Freund mehr annehmen, wenn er sagt, ja, das und das fand ich jetzt kacke. Aber wenn jetzt außenstehende Personen mir sagen, oh ja, das ist kacke an dir, das ist, oh, du siehst ja wieder so scheiße aus, oh, deine Nase. Das sind so Sachen, die belasten mich gar nicht. Du kannst mir tausend Kommentare schreiben, wie hässlich ich bin. Ich bin nicht hässlich. Bin ich halt einfach nicht. Also es gibt Tage, an denen ich mich auch immer hässlich fühle, aber ich bin nicht hässlich. In meiner Welt bin ich nicht hässlich. Vielleicht in der Welt von jemand anderem bin ich gerne auch hässlich, aber in meiner Welt bin ich nicht hässlich. Und in meiner Welt bin ich auf jeden Fall der Main Character und das kann mir auch keiner abschreiben, weil in deiner Welt bist du auch der Main Character, solltest du auch sein. Und in meiner Welt bin ich das und das bleibe ich auch. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass man sich nicht um andere schert, sondern es ist mein Leben. Natürlich geht es in meinem Leben um mich und um die Leute, die mit mir sind, aber prinzipiell geht es um mich. Ja, und dafür bewundern mich Leute auf jeden Fall. Also das ist jetzt nichts, was ich jetzt einfach sage, was ich jetzt so annehme, sondern das ist so Feedback, was ich bekommen habe. Und was viele an mir nicht bewundern oder eigentlich bewundern, aber es nicht so äußern, ich habe es aber auch schon mal als Bewunderung bekommen, ist meine Einstellung einfach, dass ich sehr delusional bin. Also Leute bewundern mein Delusional-Dasein, das bewundere ich übrigens auch sehr oft, weil ich bin schon sehr delusional. Aber durch meine Delusional-Heit, neue Wörter kommen hier, ich spreche übrigens auch sowieso eine andere Sprache, das kommt noch. Ich muss sie ja erstmal hier reinfinden und dann gucken, wie ich hier rede. Aber dadurch, dass ich so delusional bin und einfach manchmal auf einem ganz anderen Planeten lebe, passieren ganz tolle Sachen dadurch. Also das ist halt so ein bisschen wieder wie mit diesem Manifestieren. Dadurch, dass ich oft Dinge glaube, die so weit weg erscheinen. Bestes Beispiel. Ich sitze hier heute. Ich sitze hier heute mit Lizzo und meinem Verlobten. Da muss ich das nochmal kurz erwähnen. Ich sitze hier mit Lizzo und meinem Verlobten. Ich sitze hier in meiner Big-Ass-Wohnung. Ich habe unten ein ganz tolles Auto stehen. Ich habe hier den... Wir haben Shiva vergessen. Ich habe hier den süßesten Hund auf diesem ganzen Planeten liegen. Ja, das weiß sie auch selber, dass sie so toll ist. Ich habe ganz tolle Freunde. Ich habe eine ganz tolle Familie. Und ich meine, früher, als ich jünger war, ich habe von diesen ganzen Sachen geträumt. Und mir wurde immer gesagt, Och Sarah, also das ist ja wirklich, dass du das irgendwie denkst. Oder abgehoben oder arrogant und so eingebildet, dass du jetzt irgendwie nur von sowas redest. Aber alles, wovon ich geredet habe, ist eingetroffen, Leute. Alles, wovon ich geredet habe, alles, was ich mir gewünscht habe. Und lass es auch materielle Dinge sein. Es ist scheißegal, was ihr euch wünscht. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ihr dann irgendwie nur materialistisch seid. Wir alle sind materialistisch. Es kommt nur darauf an, für was ihr euer Geld halt ausgebt. Oder wie viel Geld man hat. Aber zum Beispiel, als wir das neue Auto abgeholt haben. Ich habe früher immer tollen Autos hinterher geguckt. Und ich war nie neidisch, nie war ich neidisch auf Leute, die was haben. Sondern ich wollte das auch. Und ich habe mir dann einfach vorgestellt, dass ich das schon habe. Und das ist auch dieses Ding mit Manifestieren. Also ich habe mir einfach immer vorgestellt, dass mein Leben einfach schon ist. Ich sage euch, Leute, ich hatte zwei Freunde aus Bremen. Ich war auch letztens auf seinem Facebook-Profil, weil ich es so lustig fand. Und das waren Zwillinge, zwei Jungs. Und die waren reich, haben sie auf jeden Fall gesagt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das hat gestimmt. Weil ich habe mich oft gefragt, ob das wirklich gestimmt hat. Weil man nicht viel von denen mitbekommen hat. Ich habe nur zu dem Zeitpunkt deren Klamotten gesehen. Und das, was die getragen haben, war zu früheren Zeiten halt, okay, du bist reich. Führt keinen Weg dran vorbei, du hast Geld. Und ich habe mich einfach an die gehangen, weil ich das cool fand. Ich fand das toll. Ich fand die Klamotten toll, die die getragen haben. Ich fand irgendwie cool, wie die sich benommen haben. Und dann bin ich mit denen nach Hamburg gefahren. Und wir sind in den Louis Vuitton-Store gegangen. Ich hatte keinen einzigen Cent in meiner Tasche, Leute. Ich habe das aber einfach gemacht. Und ich habe das voll gefühlt. Und ich habe einfach diesen Film gelebt. Und das mag jetzt für viele absurd klingen, wo wir beim Thema absurd waren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich reich bin. Aber alle diese Dinge sind trotzdem irgendwo eingetroffen. Und sie werden ja auch weiter eintreffen, umso mehr ich das lebe. Und ich habe das einfach gelebt. Und ich habe an diesen Traum geglaubt. Und ich habe einfach durchgezogen. Und das sind so Sachen, meine Eltern sagen zum Beispiel immer, wenn jemand im Lotto gewinnen würde, dann ich. Einfach, weil ich delusional bin. Einfach, weil ich mir denke, ich gewinne halt auch im Lotto. Und ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten das erste Mal Lotto gespielt, weil mein Bruder gesagt hat, dass er irgendwie hier Euro-Jackpot spielt. Keine Ahnung, ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Ich weiß nur, dass meine Oma das früher immer gespielt hat. Und dass ich auch immer Lottoscheine zum Kiosk bringen musste früher. Und dann durfte ich mir so Süßigkeiten aussuchen dafür. Meine Oma hat nie wirklich was gewonnen. Ich dachte, ach, scheißegal, ich mache das jetzt einfach. Zack, gewonnen. Natürlich nicht gewonnen. Aber für mich war es gewonnen, weil ich habe meinen Wetteinsatz einfach gewonnen. Und meine Eltern haben gesagt, also wenn jemand im Lotto gewinnt, dann Sarah. Weil die einfach so verwirrt ist manchmal, dass wenn jemand irgendwas gewinnt, dann ich. Und so habe ich im Leben viel gewonnen, indem ich getan habe, als hätte ich es schon gehabt. Ich habe das Gefühl, ich quatsche schon richtig lange. Und wir müssen das Ganze ja auch hier irgendwie verarbeiten, weil ich weiß schon nicht mehr, was die erste, zweite, dritte Frage war. Und ich weiß auch überhaupt nicht mehr, was ich hier gesammelt habe. Deswegen, so. Mit welchem Motto bist du in dieses Jahr gestartet? Das wäre eine tolle Abschlussfrage gewesen, weil absolut no fucks given. Soll absolut unser Motto sein. Nicht nur mein Motto, es soll euer Motto sein. Gerade dieser Podcast soll euch auch bei diesem Motto begleiten. Deswegen, das ist absolut mein Motto. Ja, hoffe ich, dass euch die erste Folge gefallen hat. Sie ist vielleicht noch ein bisschen verwirrt gewesen. Sie hatte vielleicht keinen Faden. Vor allem das Video dazu wird vielleicht auch ein bisschen verwirrt sein hier, weil ich kann ja nicht auf einem Flex sitzen. Ich konnte in der Schule schon nicht still sitzen. Deswegen, dafür finden wir auch noch eine Lösung. Das machen wir uns hier alles noch ein bisschen cozy. Und ja, ich hoffe aber, ihr hattet trotzdem Freude. Ich hoffe, ihr konntet schon von der ersten Folge was mitnehmen und hattet ja ein bisschen Unterhaltung. Wie gesagt, da waren ja jetzt auch super ernste Themen bei. Aber das möchte ich natürlich auch. Der Podcast soll natürlich lustig werden. Wir werden hier auch noch, glaube ich, so am Rande des Cancelns sein. Vor allem, wenn ich hier mit meinen Freundinnen sitze. Da freue ich mich besonders drauf. Und auch wenn Lizzo hier ist und wir über Beziehungen reden, das wird schon auf jeden Fall sehr unterhaltsam und sehr real. Und ich freue mich da drauf. Und ich freue mich, wenn ihr von Anfang an dabei seid. Ich freue mich natürlich aber auch, wenn ihr später einschaltet. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal ein. Und folgt mir natürlich auch für alle Infos gerne auf Instagram und TikTok. Und ja, in meinen Storys werde ich natürlich immer sagen, wenn eine neue Folge rauskommt oder auch, wenn ihr mit aktiv sein wollt, werde ich da meine Fragerunden starten, die ich dann in meinen Podcast mit einbauen werde. Also, falls ihr irgendwie eine Frage habt, die euch auf dem Herzen liegt, wenn ihr ein Thema habt, worüber ich reden soll, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne in der DM schreiben. Und ich werde das mit aufnehmen. Und ich hoffe, so kreieren wir unseren NoFoxGivenPodcast, der natürlich unser Podcast sein soll. Und ich habe euch alle ganz doll lieb. Und bis zur nächsten Folge. Fühlt euch gedrückt.